Der nächste Ausbruchsversuch scheitert, aber das große Short-Szenario ist noch lange nicht vom Tisch. Und damit herzlich willkommen zu meiner Daily Ducks Morgenanalyse. Zunächst wie immer der Hinweis zu meinem YouTube-Kanal, wo ihr jetzt ja auch dieses Video schaut. Dort bin ich in der Regel bis zu dreimal die Woche live und trade in den DAX und den Dow Jones in meinen systematischen Handelsstrategien. Also nicht vergessen, diesen Kanal jetzt zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keinen neuen Livestream und auch kein neues Video mehr zu verpassen. Dann geht es weiter heute der neunte Teil meiner großen Webinar-Serie. Ich will Trader werden, könnt ihr euch anmelden auf der Webseite von ActiveTrades. Mein letztes Webinar vor der großen Sommerpause im August bei ActiveTrades, aber im September geht es dann auch wieder weiter. Der Link zu diesem Webinar befindet sich unten in der Videobeschreibung und dann kommt ihr auf so eine Seite hier, könnt ihr euch dann darüber anmelden. Des Weiteren, wenn ihr keine Zeit haben solltet, könnt ihr euch auch über meine Webseite für den E-Mail-Verteiler anmelden. Alles kostenlos und ich schicke dort auch keine Werbe-E-Mails raus. Und dort dann einfach mit eurer E-Mail-Adresse eintragen und abschicken und dann bekommt ihr, immer wenn ein Webinar gelaufen ist, die jeweils aktuelle E-Mail mit sämtlichen Webinar-Aufzeichnungen und sämtlichen PDFs, die ich bis dahin erstellt habe. Dann geht es weiter auf den Wirtschaftskalender und heute ein durchaus interessanter Tag, denn heute Nachmittag um 14.30 Uhr werden die PCE-Preise aus den USA veröffentlicht. Und diese werden auf Monatssicht minimal höher erwartet, quasi unverändert, aber auf Jahressicht dann entsprechend moderat niedriger. Und die PCE-Preise sind durchaus interessant und könnten am Nachmittag für einiges an Bewegung sorgen. Dann gehen wir auch direkt auf den Chart und wir starten mit der Analyse von gestern. Und der DAX hat gestern erst einmal das Short-Szenario gespielt und zwar noch vor Kassahandelsstart konnte er kräftig feilen, fiel deutlich zurück und fiel dann auch unter die 18.200 und im weiteren Verlauf bis zu 18.100 durch. Hier konnte sich der DAX dann aber erneut stabilisieren und dann im Nachmittagshandel und im Zuge exorbitant steigender US-Indizes beziehungsweise einem sehr starken Dow Jones, der ja mal schlappe 600 Punkte in Aufwärtsrichtung hingelegt hat, um dann wieder die Hälfte ruckzuck wieder abzugeben. Da konnte der DAX dann auch seine Erholung dann letzten Endes machen. Nach Kassas Schluss konnte er sich dann die 18.300 noch wiederholen und handelte dann auch direkt bis zur Handelsspanne vom Vortag. Hier ging es dann erst einmal nicht weiter und einen Rücklauf setzte ein und ihr seht jetzt, jetzt läuft er auch wieder zurück. Das wird jetzt gleich interessant für meine Analyse. Dann kommen wir zu meinen Trades und gestern habe ich dann entsprechend eine Long-Position eröffnet. Diese wird gemeinsam mit einer weiteren Long-Position verwaltet und der TP, der wurde bisher noch nicht erreicht. Des Weiteren ging dann gestern auch eine Short-Position kurz vor Kassas Schluss rein und diese Short-Position ist jetzt noch am Laufen, ist im Gewinn und bereits mit einem BE-Stop abgesichert. Das ist so viel zum gestrigen Trading und für heute gilt erst einmal ein Long-Signal im systematischen Handel. Das bedeutet, theoretisch würde eine neue Long-Position eröffnet werden. Dafür ist es aber wichtig, wo der DAX eröffnet. Eröffnet er nämlich unterhalb der 18.200, dann wird eine neue Long-Position eröffnet. Eröffnet der DAX wesentlich höher. Dann wird kein neuer Trade heute eröffnet, weil es gilt immer die unterste Long-Position, also die beste Long-Position, die steht und eine neue Long-Position muss, wenn dann, besser reinkommen. Und wenn das Einstiegssignal oberhalb der besten Long-Position erfolgt, dann gibt es halt keinen neuen Long-Trade. Das ist so viel zum Trading für heute. Also ist durchaus möglich, dass kein neuer Trade entsteht heute. Dann, verkehrter Chart, dann gehen wir hier rein und gehen dann mal auf die Analyse für heute. Hier seht ihr es, dass der DAX gestern einen positiven Handelstag hingelegt hat und er hat auch schon die Handelsspanne vom Vortag zu gestern erreicht und reagiert dort. Und aktuell fällt er auch wieder zurück. Und das ist auch Tenor meiner Analyse für heute, denn die 18.300 ist eine sehr wichtige Marke auf der Oberseite. Schafft der DAX die 18.300 zurück zu erobern und darüber zu steigen, sehe ich eher weiteres Erholungspotenzial Richtung 18.400 und höher. Aber auch erst einmal nur im Sinne der jüngsten Abwärtsbewegung. Das bedeutet, viel höher als 18.600 sehe ich den DAX jetzt kurzfristig sowieso nicht. Dann handelt der DAX jetzt so, wie er es jetzt tut. Unterhalb der 18.300 sehe ich eher das Short-Szenario. Da haben wir dann die Opening Range von gestern, nehmen wir mal das Zeichentool, macht die Geschichte auch ein bisschen einfacher. Und da haben wir die Opening Range von gestern und das Opening High und die Tageseröffnung von gestern sind eine sehr wichtige Unterstützung. Knapp da drunter befindet sich dann auch schon die 18.200. Das wäre dann noch eine Zone im Sinne des kurzfristigen Long-Szenarios, wo sich der DAX dann auch wieder ausgehend von der 18.200 relativ zügig über die 18.300 wiederum bewegen könnte. Das sollte für die Short-Seite auf jeden Fall mit im Blick behalten werden. Fällt der DAX unter die 18.200, dann sehe ich auch gute Chancen, dass er direkt bis zu 18.100 nochmal durchschlägt. Und dann wird es interessant, ob er die 18.100 direkt rausnehmen kann, um dann Richtung 18.000er Marke zu fallen. Das ist durchaus ein valides Szenario. Dafür brauchen wir jetzt aber ein bisschen Foot auf der Unterseite und dass sich der DAX möglichst zügig dann auch nach unten bewegt und vor allem auch die Marken hier relativ zügig abarbeiten. Also Short, ja, Short ist noch weiterhin intakt, trotz des bullischen Tages gestern. Aber wir müssen bedenken, dass die Abwärtsstruktur nach wie vor noch intakt ist. Also wir haben nach wie vor eine Abfolge von fallenden Hochs und dreht sich der DAX jetzt hier wieder, so wie er es jetzt gerade auch macht, in die Short-Richtung ein und bleibt die Abfolge fallender H1 Hochs intakt. Dann sehe ich eher weiteres Short-Potenzial. Erst einmal nur im Sinne der Handelsspanne von gestern. Und sollte er dann die unteren Bereiche erreichen, dann müssen wir nochmal genauer hinschauen, ob es da nochmal eine Stabilisierung gibt. Ja, also ob er sich dann ausgehend von hier abstoßen kann wieder. Dann in dem Fall, dass er dann sehr wahrscheinlich ein höheres Tagestief markiert. Und dann könnten wir hier tatsächlich, ja, dann auch für die Long-Seite eine größere Stabilisierungsphase sehen, wo er dann sich noch ein bisschen länger aufhält und dann über die Tageshandelsspanne eine Long-Struktur baut. Oder wir sehen tatsächlich dann auch letztendlich den Ausbruch auf der Unterseite. Ich vermute mal, es wird dann der US-Handel richten, beziehungsweise der Aufschluss drüber geben, ob der DAX wirklich ein großes Short-Signal liefert. Denn der Tenor dieser Woche ist ja, dass durchaus ein großes Short-Signal entstehen kann. Dafür muss der DAX aber deutlich unterhalb der 18.100er-Marke schließen. Im allerbesten Falle sogar deutlich unterhalb der Marke von 18.000 Punkten. Das soviel zur groben Analyse für heute. Schauen wir heute dann auch nochmal auf den Tagesschat. Und da sehen wir jetzt auch noch, dass hier der Ausbruchsversuch erst einmal gescheitert ist. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier eine intakte Abwärtsstruktur. Das ist immer wichtig zu verstehen, gerade wenn man versucht, sich auf der Long-Seite zu fokussieren. Die Abwärtsstruktur ist noch intakt. Das bedeutet, wir können durchaus davon ausgehen, dass der DAX eventuell weiterfällt. Wie ich bereits gesagt habe, ist es dann wichtig, was er bis zum Kassahandelsstart, beziehungsweise ab Kassahandelsstart macht. Und die 18.300 als wichtige Marke gibt da durchaus schon Aufschluss. Nochmal handelt der DAX darüber, sehe ich eher das Erholungsszenario. Und solange sich der DAX darunter hält, sehe ich eher Chancen auf weiterfallende Kurse. Und dann muss man halt schauen, ob er sich jetzt hier an einer dieser Marken stabilisiert. Und dann im weiteren Handelsverlauf dann schlussendlich ein höheres Tagestief hinstellt. Also, dass er dann hier ein höheres Tief hinstellt, was dann wieder eher ein Einzeichen für die Long-Seite ist. Das war es dann auch soweit mit dieser Analyse. Ich wünsche euch einen hervorragenden Handelstag. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr nachher live beim Webinar dabei seid. Ansonsten sehen wir uns dann einfach beim nächsten Mal. Alles Gute. Ciao, ciao.